ja hallo herzlich willkommen zum dritten preview meiner ersten map jetzt mittlerweile habe ich ein menü erarbeitet und ist natürlich noch kein sound drin wird ein bisschen angepasst also vom design her funktionen sind im moment quit und start funktionieren options habe ich noch nichts hinterlegt muss ich auch noch machen wenn man jetzt auf start drückt dann ja startet man erst mal hier in der ersten welt die hat sich auch ein bisschen was gibt verändert na jetzt sieht man sieht das neblig geworden bisschen dunkler drucken funktion ist noch nicht oder nicht wieder eingebaut worden ich bin mir auch nicht sicher ich oder eigentlich schon ich denke nicht dass sie eingefügt wird und ja was definitiv kommen wird aber noch nicht vorhanden ist das klettersystem wir werden ich glaube das wird so in richtung adventure gegen dieses spiel sowas wie rime in die richtung würde ich gerne einschlagen ja der schnee ist immer noch recht entspannt hier also stürmisch noch nicht habe ich noch nicht eingestellt ich habe allerdings zum boden schon ein bisschen geglättet okay hier nicht aber in anderen bereichen sieht doch ganz nett aus das ist jetzt erstmal der außenbereich und das wird wohl irgendwo das erste map sein die erste map so entschuldigung hier läuft man halt weiter also jetzt sehen sie den höhlenbereich ist gut dass wir hier lang laufen ich muss noch den eingangsbereich abändern also bezüglich beleuchtung allerdings ist in der höhle ein bisschen was passiert ja sieht man da gleich der boden ist anders ja der bereich hat ziemlich was getan hier ganz nett oder jetzt weiter ja dann muss man hier lang laufen gedacht ist eigentlich oder es wird so kommen dass man hier irgendwie dass man erstmal hier lang laufen muss hier ist abgrund also hier runter fallen ist game ober was ich meine ja warum soll sie mal runter fallen das ist halt ändern dann geht halt hier weiter hier lang hier sind die schneepartikel immer noch mein gott habe ich vergessen zu machen hier lang hier lang hier lang hier lang und dann wird man da hinten hinkommen müssen ja der fliegt jetzt noch im moment oder schwebt in luft aber das wird natürlich geändert und da werde ich einen schalter platzieren und dann muss man irgendwie hier so lang laufen hier rüber und dann wird irgendwie so weitergehen da lang da lang da lang und irgendwann dann dahin was jetzt oh mein gott wo sind wir denn ach so ja open level section will tell you play in the decision yes ja genau und wir werden dann hier sind wir gerade lang gelaufen irgendwann hier sein auf diesem podest und werden dann irgendwas betätigen damit wenn wir nachher hier lang hüpfen wenn wir hier lang hüpfen so nicht und hier wird dann wenn wir den hebel drücken das nicht von der tor sich öffnen und den hebel wird man natürlich ich werde das noch irgendwie so lenken dass man erstmal hierhin geht von hier aus sehen dann ist nämlich das podest genau das ist der plan bis zum nächsten mal